Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video, heute dem Unboxing der Serakit Nausu Deluxe Box. Grüße gehen raus an Chapter One und Universal, danke für die Box auf euren Nacken, deswegen steht das hier irgendwie. Wäre dafür natürlich nicht bezahlt, hat auch keinen Einfluss auf meine Bewertung, aber muss es halt nicht bezahlen, vielen Dickdarm. Ich habe das jetzt für 34,99 bei Bravado gefunden und werde das mal als Preis werten. Also ich denke mal 35 Euro hat die Box gekostet, die gibt es jetzt auf Amazon für über das Doppelde oder so. Müsst du mal im Internet surfen, wenn ihr die noch kaufen wollt und etwas günstiger haben möchtet. Ich finde es interessant, Serakit hat ja auch in so einem Video darüber gesprochen, wie das Album so ankommt etc. Die Box ist ja erstmal abverkauft, bei Amazon jedenfalls, aber momentan liegt es ja im Trend, dass überall die Leute die ganzen Boxen aufkaufen und dann im Nachhinein so resellen. Na gut, wenigstens bekommt man die Boxen noch. Ob die jetzt 5 Euro mehr kosten, ist ja Geschmackssache. Aber ich habe mir jetzt gerade auch so ein Video von ihm angeschaut, da hat er zum Beispiel auch gesagt, bei den Bundles haben die 1000 Stück produziert und 250 sind weggegangen, vor ein paar Wochen war das. Und das finde ich halt sehr interessant. Mich würde das richtig interessieren immer von den Boxen, wie viele hat denn der Künstler jetzt davon machen lassen und wie viele wurden denn zu dem Zeitpunkt, wo ich die Box hier auf dem Tisch liegen habe, verkauft. Wäre cool, wenn man das irgendwie herausfinden könnte, behalten die meisten aber natürlich für sich. So nach dem Motto, fast ausverkauft alles, beeilt euch, beeilt euch Bratans, beeilt euch. Und dann ein halbes Jahr später ist die Box immer noch auf Amazon und kostet 20 Euro weniger. Ist einfach immer so. Gut, Quatsch jetzt hier beiseite. Link ist in der Beschreibung. Na Uzu, interessanter Titel. Hier hat man auf jeden Fall 2 Geister, 2 Persönlichkeiten. Alles sehr mystisch hier bei Kit. Wer Sierra Kit kennt und was er in den letzten Jahren durchgemacht hat und so abgeliefert hat, der weiß Bescheid. Da ist alles wirklich sehr, sehr interessant. Wer ihn nicht kennt, lernt es auf jeden Fall mal kennen, was der so raushaut. Hat auch viel durchgemacht, der gute Mann. Und viel zu erzählen. Chapter 1 Universal Sierra Kit und Team Fucksleep. Gut, sehr simple Box. Ach ne, hier steht nochmal TFS, also Team Fucksleep und Sierra Kit. Sonst alles weiß. So, drängen wir direkt mal ein. Ich weiß ja schon was drin ist. Ich hab mal ein Fatis Video schon geguckt. Was hab ich überhaupt geguckt? Ich weiß es gar nicht mehr. So, die Box an sich. Zwei Teile, alles weiß. Wir haben hier die Sturmmaske, Sturmhaube, wie man sie nennen möchte. Und den USB Stick. Damit fangen wir mal an hier. Auf dem Stick haben wir selbstverständlich das verlorene Sextape mit meiner großen Mutter. Danke Kit, dass du es endlich mal hier an die Öffentlichkeit gebracht hast. Wie viel Gigabyte haben wir? Ach, das wird so schwiegen. Kluger Schachzug. Kluger Schachzug. TFS Team Fucksleep. USB Stick ist am Start. So, die Sticks sollte ich eigentlich auch mal auf den Markt bringen. Mit meinem mageren Gesicht drauf. Ne, das ist der Stick. Ja, man sieht's. Cool. Kann man jetzt hernie meckern. Ihr wisst Bescheid. In der Vergangenheit habe ich mich immer noch aufgeregt. Das ist mir mittlerweile alles scheißegal. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie egal, wie viel Megabyte auf so einem Stick sind. So, hier haben wir den ersten Sticker. Das ist ein Diamant. Den nächsten hier das Cover. Den nächsten hier der eine Geist davon. Noch ein bisschen verziert. Aha. Es gibt eine bessere Zukunft für dich und mich. Ui, 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 düster. Auch noch diese Schriftart dazu. Ich glaube an dich. Oh, süß. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vibe, den man fühlen muss. Äh, was auch dieses Bild hier sagt. Also, wenn man's nicht fühlt, dann fühlt man's nicht. Wenn man's fühlt, dann fühlt man's aber richtig. Weiße Worte, aber ist halt so. Gottverdammter Real Talk. Au, Ebung. Was haben wir hier dran? Ich muss rausholen, ohne das zu zerstören. So. Das sind, wie nennt man denn das genau? Also, Fotokarten würde ich's ja fast schon nennen, aber das sind halt Zeichnungen. Deswegen ist der Begriff eher, naja. Also, hochwertige Pappe. Schön bedruckt. Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht mehr weinen kann. Weiß, wie es ist, wenn man zu viel weint. Weiß, wie es ist, wenn man springen will. Weiß, wie es ist, sich umzuentscheiden etc. pp. Sollte man sich alles selbst zu Gemüte führen, wenn man hier daran interessiert ist. Ich möchte jetzt auch nur alles hier im Groben zeigen. Krasse Bilder, die sehr viel aussagen auf jeden Fall. Ja, ich wär auch klein depressiv, ich bin alleine von dem Unboxing schon. Ne, Spaß beiseite. Sehr schön gemacht. Hier haben wir das Album an sich. Das ist ziemlich unkonventionell, das hatte ich lange so nicht mehr in der Hand. Wir haben im Prinzip so eine Papphülle. Okay, ein klassisches Case. Okay. Hier haben wir die ganzen Songs hier so drauf gekritzelt, so rundherum. Mhm. Cover ist auch ziemlich wild. Passt auf jeden Fall sehr gut, das Cover. Zum Ganzen. Hier haben wir die Tracklist. Der Stil passt auf jeden Fall. Gut, hier ist nix vorne drin. Bucklet haben wir nicht. Ach doch, hier. Hier haben wir das Bucklet. Gut. Das Design zieht sich durch das ganze Album. Auch was die CD an sich angeht. Hier haben wir das Bucklet. Das ist sehr... Ne, ist okay. Ja, gut. Es ist doch kein Bucklet. Ach, das ist ein Sticker noch. N-A-O-S-U heißt Heilung. Für uns alle. Mhm. Und hier haben wir... Steh auf. Geh raus. Vormittig. Vor. Verliere so lang, bis du gewinnst. Die Heilung ist nicht das Ziel, sondern der Weg. Huch. So tiefgründig, ich wäre fast ertrunken. Ja, da haben wir das Album an sich. Und hier haben wir die Sturmhaube. Nennt man das jetzt Sturmhaube oder Sturmmaske? Ich weiß nicht. Jetzt werden Banküberfalle gemacht. Also die hat auf jeden Fall eine ziemlich wilde Qualität. Ähm. Es ist eigentlich unnötig, das jetzt zu erwähnen. Aber das sind natürlich die Tattoos, die Sierra Kate selbst auch im Gesicht hat. Sollte ja bisher aber schon jedem aufgefallen sein. Jedenfalls hoffe ich das mal. Und wenn man die aufsetzt, hat man im Prinzip seine Tattoos im Gesicht. Ziemlich wild. Er erinnert mich an... Oh, von Qualitäter, wie heißt er denn? Äh... Kilomatic, genau. Hat auch so eine ähnliche Maske. Also wenn man die... Wenn man diese Maske auf hat, dann könnte man auf der Straße, wenn es dunkel ist, auf jeden Fall mit dem guten Mann verwechselt werden. Wann ist das? Das Champions-Logo? Ist doch eine Klamottenmarke. Junge, das ist doch geil. Ja. Okay. Ja. Muss ich jetzt nicht weiter dazu sagen. Das haben wir von Material. Also die Sturmhaube ist richtig nice. Die ist richtig nice. Schön dick. Gut verarbeitet. TFS. Team Faxlieb. Universal Music. 100% Polyacryl. Medinchiner. 30 Grad waschen. Hey, die macht einen richtig guten Eindruck. Also ich hatte ja schon mehrere so Sturmhaube. Die waren meistens so ganz dünn. Jesus hatte auch zum Beispiel so einen richtigen Mist. Das ist wirklich ein ordentliches Ding. Muss es ja aber auch sein, weil ist ja neben dem Stick so der einzige wirkliche Luxbox-Inhalt. Also das sind die beiden Highlights, halt der Box-Album. Der Rest ist halt, ich nenne das halt immer Papierkram. Sticker und Poster. Auch wenn das ja sinnvolle Inhalte sind. Keine Frage. Aber die Highlights sind dann halt auch immer schon die... Ja, diese... Das ist halt was anderes. Ihr wisst was ich meine. Gut. Werde ich jetzt mal hier mich dieser Maske unterziehen. So. Ähm. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so eine Haube auf hatte. Ich bin eigentlich seit 2016 aus dem Banküberfall-Business raus. Aber naja. Kann man sich ja mal gönnen. Komplett reinigt. Ja, geht. Oh, die ist aber eng für meinen riesen Schädel. Oh. Oh. Ja. Die ist ein bisschen sehr eng. Also ich habe Größe LXL bei allem was auf dem Kopf gehört. Ähm. Das ist natürlich nicht bei jedem der Fall. Also dir passt sie wahrscheinlich besser. Geil, dass ich gerade ein weißes T-Shirt an habe. Da passt es ja hervorragend. So sieht's aus. Also. Ähm. Die Frage ist halt jetzt, was fängt man mit dieser Maske an. Wenn man jetzt nicht unbedingt Ski fährt oder Motorrad oder ähnliches. Ähm. Ich habe sogar eine Verwendung dafür. Weil ich habe mir jetzt erst ein Enduro geholt. Also ein Fahrrad. Und so einen Helm dazu. Könnte ich sogar verwenden. Das ist glaube ich ein bisschen zu dick. Ähm. Ja. So sieht's aus. Wenn du die Box hast. Und die Maske sagt mir wieder mal, was machst du mit dem Ding. Hast du die schon mal verwendet für andere Dinge. Außer Spiegel-Selfies, um das Sierra-Kit auf Instagram zu markieren in deiner Story. Was höchstwahrscheinlich bei 95... Sagen wir mal eher 97% der Käufer der Fall sind. Gut. Ähm. Ich setze die Maske jetzt mal nicht ab. Weil ich jetzt hier kleine Fotos machen möchte für das Thumbnail. Und die über meinen Schädel zu rammeln. Das war wirklich jetzt nicht so geil. Wie gesagt, ich habe einen ziemlich großen Schädel. Ähm. Fassen wir mal die Box zusammen. Wir haben eine Box für 35 Euro. Glaube ich. Könnte günstiger oder teurer rausgekommen sein. Aber so viel kostet sie mindestens jetzt hier im Moment im Internet. Ähm. Wir haben eine schicke Box. Wir haben sehr sehr geile Artworks, Grafiken etc. Musik ist sowieso Geschmackssache. Wir haben den USB-Stick. Da ist auch noch mehr Kram drauf. Habe ich jetzt da gar nicht erwähnt. Ich weiß gar nicht was da drauf ist. Selbstverständlich nicht. Vorhin von mir hat bis 17 Uhr ausgeschlafen. Ihr kennt den alten Hasen hier. Und ähm. Mit der Maske, die echt eine gute Qualität hat, ist das schon eine solide Box. Also man muss auf jeden Fall was mit den Inhalten anfangen können. Wenn man jetzt nichts mit den ganzen Messages hier anfangen kann. Und auch nichts mit der Sturmhaube. Dann ist die Box natürlich eher was was man verschlossen im Regal stehen lässt. Wenn man Fan von KIT ist. Aber ja. Ist auf jeden Fall von der Quali ziemlich nice. Was haltet ihr von Sierra KIT? Was haltet ihr von der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sind es zeitnah mal wieder. Euer Max. Äh. Senniberg. Okay. Das war scheiße.